Horoskop für heute, Wassermann, 5. Dezember 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Da der Mond heute Ihr Solarhaus besucht, ist es ein guter Zeitpunkt, offene Fragen zu klären. Es ist ein besserer Tag, um sich zurückzuhalten und über die jüngsten Ereignisse nachzudenken. Sie möchten sich wahrscheinlich gerade genug von den anspruchsvolleren Bereichen Ihres Lebens lösen, um sich zu erholen. Gleichzeitig genießen Sie vielleicht eine gute Balance zwischen Praktikabilität und Optimismus. Sich auf Projekte, Menschen und Unternehmungen auszurichten, die Ihre Vision unterstützen, fällt Ihnen leichter als sonst. Es kann ein guter Zeitpunkt sein, kreative Pläne zu verfeinern. Eine größere Mission und größere Ziele können Ihnen helfen, die Stimmung über die kleineren Probleme hinwegzuheben. Im Laufe des Tages kann es an der Zeit sein, etwas Geduld aufzubringen und einige Regeln zu befolgen. Sie könnten auf ein Hindernis stoßen, das den Fluss unterbricht. Selbst wenn Sie etwas vorantreiben möchten, ist es vielleicht besser, Ihre Energie und Ressourcen zu schonen. Heute erwartet Sie garantiert Drama. Ihr planetarischer Mitherrscher, der mächtige Saturn, wird einen heftigen Zusammenstoß von Feuer und Ass mit der herrlichen Sonne erleben, die jetzt in Ihrem Solarhaus der Freundschaften und Gemeinschaften stationiert ist. Dies wird Sie ausgelaugt und gebrochen fühlen lassen und Ihnen das Gefühl geben, Ihr gesamtes Selbstwertgefühl verloren zu haben, insbesondere weil schlechte Nachrichten über Ihre Freunde, Ihr soziales Netzwerk oder sogar einen Ex auftauchen könnten. Sie könnten sich überrumpelt und entsetzt, völlig betrogen und wütend fühlen. Das Beste, was Sie tun können, ist, den Aufruhr vorübergehen zu lassen, damit Sie eine bereits toxische Situation nicht noch verschlimmern. Was wünschen Sie sich wirklich? Beschränken Sie sich nicht, wenn der Mond im Steinbock im Sextil zu Saturn in den Fischen steht. Sie könnten das Einzige sein, was Sie davon abhält, ein finanzielles Ziel zu erreichen. Das könnte daran liegen, dass Sie nicht an Ihr Potenzial glauben oder sich unsicher fühlen, ob Sie ein finanzielles Ziel erreichen können. Sobald Sie Ihre inneren Beschränkungen loslassen, könnte Ihre finanzielle Lage aufglühen. Sie könnten sich sicherer fühlen, wenn Sie neue Möglichkeiten verfolgen, die Ihnen mehr Wohlstand bringen. Sie könnten auch positiver darüber denken, Ihre Ziele zu erreichen. Die heutige Planetenkonstellation gibt Ihnen die Fähigkeit, sich selbst als den guten, schönen Menschen zu sehen, der Sie sind. Wenn Sie sich um Ihre Bedürfnisse gekümmert und sich selbst viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, werden Sie sich besonders gut fühlen. Wenn Sie sich schuldig gefühlt haben, weil Sie abgelenkt waren und Ihren Körper vernachlässigt haben, dringt ein solch wohlwollender Aspekt tief in Ihr Innerstes ein und verbreitet sein heilendes rosa-goldenes. Licht. Heute wird Ihre natürliche Liebe zum kreativen Ausdruck durchscheinen. Das kann ein echter Vorteil sein, wenn es darum geht, im Laufe des Tages mit Einzelpersonen in Kontakt zu treten. Während Sie bei der Erledigung von Managementaufgaben vielleicht lieber die Gruppe als Ganzes sehen, müssen Sie, um wirklich effektiv zu sein, die einzelnen Teile sehen, aus denen das Ganze besteht. Nutzen Sie diese Energie, um Ihre Kommunikation und Verbindung zu verbessern. Sie werden feststellen, dass Sie in Ihrer Rolle weitaus effektiver sind. Gerade als Venus und der Zwergplanet Ceres in ihre letzten vier Tage in einem nostalgischen und nachdenklichen Teil Ihres Horoskopes eintreten und Venus ihr Herz auf eine nostalgische Reise in die Vergangenheit mitnimmt, gesellt sich der Mond zu Ihnen. Pluto ist bereits im Wassermann, der Mond kehrt in zwei Tagen zurück und Venus und Ceres zwei Tage später. Die Zukunft ruft, aber zunächst haben Sie die Chance, sich nostalgischen Gefühlen hinzugeben. Während der Mond mitten in der Arbeitswoche hier sein wird, wird es wenig Widerstand geben und stattdessen wird eine entspanntere Stimmung es schwieriger machen, sich über Kleinigkeiten aufzuregen. Gerade als Venus, der Planet der Liebe, in Ihre letzten vier Tage in einem nostalgischen und nachdenklichen Teil Ihres Horoskopes geht und Ihre nostalgische Reise in die Vergangenheit der Liebe beginnt, gesellt sich der Mond zu ihr. Mit Jupiter in rückläufiger Bewegung in Ihrem romantischen Sektor bietet dies bereits einen einfachen Zugang zur Vergangenheit und zu zweiten Chancen, wobei die nostalgischen Mondschwingungen von heute ein Gefühl romantischer Nostalgie verstärken. Täglicher Planetenüberblick Die heutige himmlische Konstellation bietet ein besonderes Geschenk die Gelegenheit, das Leben mit Klarheit, Reife und einem Gefühl ruhiger Kontrolle anzugehen. Der Mond im geerdeten Steinbock harmoniert mit dem disziplinierten Saturn im intuitiven Fisch und erzeugt eine ausgeglichene Energie, die Sie ermutigt, Ihre Gefühle nachdenklich zu verarbeiten und Herausforderungen mit Anmut zu meistern. Gibt es einen schwelenden Streit? Jetzt könnte der perfekte Zeitpunkt sein, ihn ruhig und selbstbewusst anzusprechen. Sie werden vielleicht feststellen, dass sich Probleme, die Sie einst für unlösbar hielten, plötzlich auflösen. Es ist, als ob die Last der Ängste aus der Vergangenheit von Ihnen abfällt und Sie sich auf die Gestaltung Ihrer gewünschten Zukunft konzentrieren können. Mit dieser neu gewonnenen Klarheit scheint heute alles leichter zu fließen. Entscheidungen, die früher entmutigend wirkten, fallen ganz natürlich und Herausforderungen lösen sich fast von selbst, sobald man sie angeht. Es ist ein Tag, an dem sich die Anstrengung leicht anfühlt und die Ergebnisse lohnend sind. Einer der schönsten Aspekte der heutigen Energie ist, wie sie sich auf Ihre Beziehungen auswirkt. Ihr ruhiges, gelassenes Auftreten macht Sie zugänglich und Ihre positive Einstellung ist ansteckend. Die Menschen fühlen sich von ihrer Energie angezogen und bewundern, wie mühelos sie heute durchs Leben zu navigieren scheinen. Verbringen Sie Zeit mit Freunden und Familie, Ihre geerdete Energie wird diese Verbindungen vertiefen und die Bindungen stärken, die am wichtigsten sind. Seien Sie offen für Zusammenarbeit, wenn jemand eine Idee oder ein Projekt mit Ihnen teilt, zögern Sie nicht, sich einzubringen. Die Perspektive des Anderen könnte Sie zu Ihren eigenen Plänen inspirieren. Ist Ihnen aufgefallen, wie ermutigend es ist, wenn Ihnen jemand wirklich zuhört und Ihren Input wertschätzt? Heute haben Sie die Chance, diese Person für andere zu sein. Ihr Rat, insbesondere in praktischen Angelegenheiten wie Finanzen oder Projekten, wird sehr gefragt sein. Haben Sie kürzlich jemandem bei der Lösung eines Problems geholfen oder einen Ratschlag gegeben, der einen Unterschied gemacht hat? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren. Es ist immer inspirierend zu hören, wie wir uns gegenseitig aufbauen. So wunderbar die Energie heute auch ist, es ist wichtig, Grenzen zu setzen. Sie werden vielleicht feststellen, dass Sie sehr gefragt sind und andere Ihren Rat und Ihre Anregungen dringend brauchen. Es ist zwar erfüllend zu helfen, aber denken Sie daran, dass auch Ihre Energie wertvoll ist. Zusammenarbeit ist eine Einbahnstraße und Sie verdienen es, so viel zu erhalten, wie Sie geben. Sehen Sie es so, wenn Ihre Energie ausgeglichen ist, können Sie nicht nur andere unterstützen, sondern haben auch die Kraft, Ihre eigenen Leidenschaften und Ziele zu verfolgen. Heute ist einer jener seltenen Tage, an denen sich alles im Einklang anfühlt, Ihre Gefühle, Ihre Handlungen und Ihre Beziehungen. Probleme erscheinen kleiner, Lösungen klarer und die Menschen um Sie herum spiegeln die positive Stimmung wider, die Sie ausstrahlen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um alles in sich aufzunehmen. Wie oft haben wir die Chance, diese Art von Leichtigkeit und Klarheit zu erleben? Nutzen Sie sie, um Ihre Beziehungen zu stärken, Herausforderungen anzugehen und den Grundstein für eine Zukunft zu legen, die Sie begeistert. Auch wenn Sie so viel positive Energie haben, ist es wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Denn die Balance zu wahren, ist es, was solche Tage so lohnend macht. Führen Sie ein Tagebuch über Ihre Gedanken und Träume. Das ist eine großartige Möglichkeit, mit Ihrem Inneren selbst in Verbindung zu bleiben. Gönnen Sie sich einen Moment der Ruhe, sei es beim Meditieren, bei einer Tasse Tee oder einfach beim Genießen der Ruhe. Diese kleinen Akte der Selbstfürsorge stellen sicher, dass Sie zentriert bleiben und die wunderbare Energie des Tages optimal nutzen können. Heute dreht sich alles um Fortschritt, Verbindung und Klarheit. Aber die wahre Magie entsteht, wenn wir unsere Erfahrungen teilen und voneinander lernen. Wie nutzen Sie die ruhige Energie von heute, um Herausforderungen anzugehen oder Bindungen zu stärken? Welche Anzeichen mühelosen Fortschritts haben Sie bemerkt? Mit wem würden Sie heute gerne Kontakt aufnehmen? Schreiben Sie Ihre Geschichten in die Kommentare. Vielleicht inspiriert Ihre Reise jemand anderen dazu, die Möglichkeiten des Tages zu nutzen. Denken Sie daran, Sie sind Teil eines größeren kosmischen Tanzes und heute lädt Sie das Universum ein, ins Rampenlicht zu treten. Nehmen Sie es mit Zuversicht, Anmut und Dankbarkeit an. Danke, dass Sie hier sind und vergessen Sie nicht, zu liken, zu teilen und sich für weitere tägliche Einblicke anzumelden. Ich sende Ihnen Liebe, Licht und all die positiven Schwingungen. Bis zum nächsten Mal!